Nach dem tödlichen Schuss aus einer Polizeiwaffe auf einen 16-Jährigen in Dortmund dauern die Ermittlungen dazu an. Der Jugendliche soll gestern Abend Beamte mit einem Messer angegriffen haben. Daraufhin sollen Polizisten ihre Dienstwaffe eingesetzt haben. Wie viele Schüsse genau abgefeuert wurden und ob mehrere Polizisten geschossen haben, ist im Moment noch unklar. Der 16-Jährige wurde schwer verletzt und ist dann wenig später während einer Notoperation gestorben. Die Dienstwaffen wurden sichergestellt und aus Neutralitätsgründen ermittelt nicht mehr die Dortmunder, sondern nun die Recklinghäuserpolizei.